so und damals sind gerüst willkommen zurück zu einem neuen brand zwei los geht es drei ja wir sind hier jetzt zur zeremonie von schluss gotasch eingeladen Das ist sowas von der Falle. Stell für Skontage. Ja, das ist wohl das nächste Ziel des Abenteuers. Wir sind alle aufgeladen, wir haben eine lange Last gemacht. Genau, gemacht. Jetzt geht es wohl. So, und jetzt. Bring Grotas Nessostein an dich. Ah, ja. Danke, danke. Was kann da schon schief gehen? Bestimmt keine Falle. Kins people, Baldurians and dearest Duke Ravencar. Thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. This is it. I can practically taste his blood from here. My father's here, Kalach. All your fires. He must not come to harm. Überzeugen, haltet euch zu, Kalach. Wenn wir Gortash hier angreifen, wird uns die Stahlwache mit einem Streich auslöschen. Das stimmt. Überzeugen, womöglich brauchen wir Gortash lebendlich um die Stadt zu retten. Wir sollten erst zuschlagen, nachdem wir die Geliehenheit hatten, um ihn auszufragen. Wir werden jetzt recht, wenn wir Gortash angreifen oder Draven guards auch sterben. Fühlt den Angriff gerade auch, Gortash stirbt heute. Ja, vor allem das hier. Die Stahlwachen, die sind... Uff. Die will ich nicht bekämpfen, wenn es irgendwie möglich ist. Mit 10? Na, ja gut. Sehr knapp. So we bide our time, but make no mistake, that monkey is mine. A moment please my friends, an old acquaintance has come to pay her respects. Please, Kalach. Come and say a proper hello. Nein. Meine Respekt! Du bist glücklich, dass ich nicht auf deine Beobacht habe! Ah, wie ich vermiss habe deine colorartige Beobachtungen. Wir müssen uns aufzunehmen, so schnell wie ich mit deinem kleinen Freund habe habe. Wie für dich, ich verstehe, dass die Beobachtungen in Ordnung sind. Thorne's Beobacht hat nicht unnotiert. Oh, Jeeva, das nächste Zahn. Was für das Zahn. Oh, Dio. Oh, Dio. Hey, du Führst Cirovang. Oh, Dio. Welch Art von Verständnis schlägt ihr vor? Bin ich daran interessiert mit euch zu handeln? Warum versagt die Krone? Ihr seid ein Totermann, ich kann eure Stadt nicht überlassen. Die Läge von euch standen für die Läge von mir. Es ist eine alte Wissen, eine Brittel-Aliance kann niemals beendet werden. Sie können nur verbrechen. Mit Ketherick gone, Orrin wurde trechartig. Bahl hat die Niederstöne für sie selbst. Sie nur für Blut. Und deine Blut und meine sind für sie besonders interessiert. Gibt ihr mir den Stein freiwillig oder muss ich euch töten? Ich habe ihn aus, Toti, wofür sie aus? Wenn sie meinen Blut will, muss ich ihn erst finden. Ich kann mich mit ihr verbinden. Naja, sie wird nachlässt. Die beiden Verteidigungen bisher waren. Naja. Die Erste war okay, die Zweite. Ich wollte bewussten, dass es kann. Ich sollte euch abkaufen, dass ihr die Stadt nicht schaden wollt. Es ist viel nötig, damit ihr euch vertraut. Was schnappt ich vor? Und ich lasse euch hier im Plan durchziehen. Das ist klar. Das ist klar. Thorm's stone ist es, was ihr zu behaupten. Wenn du schlägst Orrin und seine stone schlägst, du bringst es hier. So die drei sind wieder wiederum. Together, wir regeln Faerun als kings. Nein, mehr als kings. Gods. Wir regeln als der Absolut. Und mein Vater? Dein Vater wird alles machen, was du ihm schlägst. Wie auch in unserem König. Was sagst du? Wir werden wir mit uns? Ich kann nicht feststellen. Diese Allianz könnte uns gut helfen. Aber wenn sie nicht. Wir müssen sie nicht honorieren. Die Viper sind wir. Ja, machen wir ein Bündnis. Besiegen wir erst sie. Und dann kommen wir zu ihm und besiegen ihn. Nachdem wir zwei Steine haben. Dann können wir dann... Hm. In ein Boot bin ich gebunden, Vontash. Wir werden Verbündete sein und Orin wird tot sein. Zur Winte scheint mir... Nicht vertrauenswürdig über Orin Capric. Ich denke darüber nach, aber ich verspreche nichts. Zur Hölle mit eurem Pakt. Motive gegenüber der Körpersprache ausdrückt. Kannst du ihm trauen? Dann machen wir das. Am Ende ich werde ihn dir eingehen, aber... Schau dir in die Schmerzen. Ach du Scheiße. Schau dir in die Schmerzen. Schau dir in die Schmerzen. Aber du wirst nichts. Okay, er drückt uns. Er drückt uns. Er drückt uns aus. Das Wort eines Bauders. Ich, Lord Enver Gortash, Swear, ich werde dir keinen Fehler machen. Wir werden zusammenkommen über Toriel, als ein Rögerer Sonn. Das wird nicht gut enden. Ich verstehe deine Fragen. Ich verstehe deine Fragen, mein Freund. Aber ich werde mir demonstrieren, warum du die richtige Wahl hast. Du bist in der Kampen verabschiedet. Du bist in der Du ist ein Imposter. Ein Faselöser. Wer? Ich kann nicht sagen. Ich würde eine thorough investigation. Du findest, ich spreche die Wahrheit. Ein Imposter? Aber wer in der Hölle... Was für ein Blödsinn? Der Gesicht in deinem Kampen ist wie ein Knochen auf deinem Knochen. Schau es schnell. Oder irgendeine Allianz zwischen uns wäre es zu sehr kurz lebend. Wie soll ich Urien finden, wenn sie ihre Stelle so leicht verändert hat? Ja, Urien, herfällt mich das Gehirn. Was war euer Plan? Warum versagt ich die Krone? Steuerer Verwacher wird doch sicher mit Urien fertig. Ich weiß nicht, warum braucht ihr mich. Urien ist... ...elusiv, shall we say. The grip of the steelwatch may be tight, but sand still slips through its fingers. Some conflicts are best resolved quietly. Und wir besiegen jetzt Urien und dann kommen wir zurück und besiegen. Dann wird er vielleicht ohne Stahlwaffen sein. Wenn wir zurückkehren. und nicht mit dem Angriff rechnen. Und unbewaffnet wird er nicht sein, aber vielleicht ungeschützter. Vielleicht wird er dann auch stärker sein, und noch mehr Wachen haben und so, aber... Naja. Ich bin in jedem schon. Im ersten Moment, wo er ungeschützt ist, schubst du den Berghank runter oder so, es wird da... Aber es ist doch erstmal eine gute Sache, wenn wir unter seinen Schutz stehen und die Stadt in Frieden durchblähen können. Das glaube ich nur. Es ist zu unseren Gunsten. Wir werden sehen. Acht auf deinen Rücken. Wenn du die Strafen hilfst. Unsere Subjekte hören werden die Sprache ihrer absoluten Gott. Die faithful werden alles in Namen ihrer Gott tun. Ich glaube, das ist die beste Lösung überhaupt. Das werde ich nie verpassen wollen. Gut, bringen wir es hinter uns. Ich habe kein Interesse an dieser Schein-Zeremonie. Bis jetzt Schluss kommt, dann schreibt euch aus. Du bist mir folgt. Du wirst mir folgt. Und du wirst du wundern. Du bist du wundern. Du bist du, du Patriarch, du wundern. Du wundern. Du wundern. Du wundern. Du wundern. Du wundern. Und nicht in sie für zu verraten. Ich wundern. Schuld gebrochen, der Schwung. Du wundernst. Wie 익ister hat ein Buch so eine Begebrachte. Vorbereitungen. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Wir haben ihn schon über 2 Minuten. Meine Freunde! Die Stel-Watts stand bereit. Lass seine Blase fallen auf jemanden, die 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 Stadt verletzt werden. Und du, die Ehreinbarung, findest du mich in meiner Büchung ab, wenn du zurückkommst. Nehmehr nicht weg. sein blühen ich habe es noch ein er sieht genau wie er 10 Jahre vorhin ich glaube der Archduke von Balders Gate was ein Scham Du möchtest nicht wirklich sein Team sein, hast du? Ich würde alles tun, um die Stadt zu retten und sogar mich mit Gortash verbünden. Cheats verbessert mich vorerst, keine Feinde zu machen. Nein, aber das muss er nicht wissen. Wenn ich dachte, er würde seine Worte behalten, würde ich agree. Aber glaubst du wirklich, Gortash wird die Macht? Ever! Er wird seinen Pack nicht helfen, glaubst du, wir werden das machen. Er hat einmal einen Pack mit Uhren und Kaffring erscheint dazu fähig zu sein. Vielleicht nicht, doch ich bin bereit zu sehen, wohin dieses Bündnis zu führen wird. Ich werde mich nicht übertübeln lassen, wenn Gortash uns täuschen versucht, klappen wir über die Verbindung. Nummer 4, wir haben ihn erstmal als Verbündeten, können frei in der Stadt rumlaufen, bis in Uhren, dann kommen wir zurück und, ja, ähm, dann wird er der letzte sein, den wir... Dann werden wir, wenn wir noch ein paar Minuten Freunde miteinander spielen und... ...das verräterische Messer in den Rücken... ...und vergle�πει uns zu erfolgreich.. ...und wieder57 Sachen, also produzjem mich ... ...und dann cm cm- ...und Meter will ich mich verra creatures. Wir gehen dann mal. Oder haben wir hier noch was zu tun? Ich gehe für Skotasch nicht jetzt. Das machen wir später. Ah, da wartet Mitsora draussen auf uns. Wir wehren den Kriegen. Bloß nicht hier in seiner Thronhörne mit allen Wächten. Wenn wir den hier angegriffen hätten, wären wir unten nachgestürmt. Das wäre absolute Blödheit gewesen, den hier zu besiegen, zu bekämpfen. Ich bin nicht schwachsinnig. Irgendwann machen wir das mit Hinterlist. Können wir speichern hier. Hallo Mitsora. Was habe ich dir gesagt? Eine momentische Umgebung. Ich bin sicher, dass ihr agree habt. Ich habe genug, Mitsora. Was willst du? Deine Aufmerksamkeit, kleine Puppe. Nichts mehr. Und du bist glücklich, es zu geben. Du siehst. Gortasch hat deinen Vater... ...reflogiert. Woher haben sie ihn gebraucht? Woher haben sie ihn gebracht? Ich dachte, Gortasch wird ihn in seiner Nähe haben. Woher haben sie ihn gebracht? Was treibt sie dir für einen Spieltöfler? Rude. Ich bin nur ein impartialer Observer. Das ist Gortasch's Game. Ein mörderischer, wie ich es höre. Scheiße. Dein Vater ist so gut als tot, Puppe. Und zu denken, dass es keinen Weg gibt, ihn zu retten. Ja, es war ja sowas von klar, dass... Dass der... Warum haben wir es eigentlich nicht bemerkt? Es war so klar, dass sie... Dass Urin... Dass Urin dort bei der Zeremonie da war und seinen Vater gespielt hat. Sein Vater war. Woher hat sie nicht gehört. Natürlich hat sie eine riesige Scheme geklappt. Bei all den Höhnen der Hölle. Was hat sie zu planen? Das werden wir im Lager erfahren. Wenn wir das nächste Mal... Angeschlagen sind und eine lange Rast brauchen. Da wird wieder was dazwischen kommen. Die Zöger führt nichts gut zum Schöne. So viel steht fest. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann es kommen und warten, was herauszufinden. Die Fahrt ist nur bewirrt. Es lohnt sich anzuhören, was sie zu sagen hat. Was glaubt ihr wo vor... Wo Lin gut das Schöne und Vater gebracht hat. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wie sie ist oder Schutzpatronen nicht meine. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich bin nicht gebraucht. Wir werden die Antworten zu früh genug. Das ist so gut. Mezor ist in den Camp. Wir sollten mit ihr sprechen. Bis dann. Will ich meinen Vater sich sicher halten. Was, was er ist, hat er zu fliehen. Wie sie zu fliehen. Ja, das ist mir ein kleines Erdbein. Sie nur schrauben Tentaklen, anstatt an die Wände. Klebe, manipulativer, exploativer. Der König sagt, dass er ein Freund ist. Ich denke, dass wir uns leidig sind, wenn wir ihm glauben. Vielleicht... Vielleicht Stelmein war mit einem Mindflayer und hat die Stadt zu ihren politischen Willen. Oder vielleicht hat er eine Anfrage, die sie nicht zu retten können. Ich habe sie zweit. Die erste Mal, ich war ein Junge von sieben oder acht. Ich hatte ein Banquet in der Flaming Fist's Honour. Ein Blick und ich war schmitten. Die Schnauhe, die hinter mir fließt wie Willowfrond, und sie fließt von einem Raum nach dem anderen, als wenn sie mit den Wolken verletzten. Die zweite Mal, Stelmein war... ...different. ...ein der Hilfe eines Kain. Die jede Schritt, die sie nahm, war eine Struggle. Alle Worte, die sie sprach, nahm große physische Effekt. Eine Ströke-Viktion? Ich fragte später. Nein, er sagte. Eine Ströke-Surviver. Er fühlt sich nicht sicherlich in Wills' Beziehung. Er fragt seine Beziehung. Und Zeugen? Ich meinte, da steckt es noch mehr hinter in der Geschichte? Das ist meiner. Oh, nur zwanzig. Tritt Schafold. Es war mehr als eine Ströke, die sie verändert hat. Was aber? Ich konnte es nicht sagen. Mir fehlt es dann mit Leid. Sie hat sich mit einem Gedankenschneid zusammengetan. Der Imperator. Habt ihr eine Ahnung, wer hinter dem Mord stecken könnte? Klingt, als ob sie zu früh gehen musste. Was für eine Tragödie. Was der Mann leiden musste, war der Tod vielleicht ein Segen. Das ist ja. 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 Das ist ja auch. auf zum Lager. Jetzt wo wir hier sind. Machen wir das alles mal in einem Schub. Vielleicht ergibt sich daraus gleich eine nächste Quest. Oh dieser Soundpack. So wo ist sie dann? Wird es nicht ins Lager kommen? Das ist wie. Kommt wahrscheinlich wenn man da fast einlegen. Okay das hatten wir schon. Okay nehmen wir den erstmal mit oder? Das kann nicht schaden. Tja okay mit sowas doch nicht hier. Ich habe überlegt ob ich ihn anders mit nehme. Ich das Trawion mit nehmen im Team. Und der Hera. Ja weil er könnte Story Relevanz haben hier. In der Stadt. Was das im Jungenkampf nur zu tun von der Katze. Ja gut. Ähm. Dann gehen wir mal weiter. Hat sie nicht gesagt sie will ins Lager kommen? Naja whatever. Dann auf zur Unterstadt würde ich sagen. Ich hoffe das ist kein Fehler. Ich hoffe das sind die Quests die wir dann nicht mehr machen können. Das sieht gerade nach dem richtigen Weg aus. Und das ist das Gebiet wo wir her kamen gerade. wo sie ins Gefängnis gesteckt wurden. Dann gehen wir einen Schritt zurück. Maschung. 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 wieder alle Zeiten ich bin zuvor das rauszuschneiden immer ja das ging es ja sonst würde sagen da muss neues gewicht geladen werden oder so aber man sieht es ja und ist dann es dann das ging geladen hat und dann doch nicht alles geladen ist muss doch noch einiges nachladen aber es ist nicht so dass wir den drag screen hätten oder so wenigstens bilder manche spielen hängst ihr dann im weg screen und das dann ja das ist ein paar das ist dann nur so ein kleines richtigen was ich dreht oder nadebeilten oder so ein bisschen es könnte auch hier ein bisschen lang gehen das ist ja nur zwei minuten da das green bist du hast das auch ein bisschen das ist jetzt kein bisschen bringt irgendwie raus vor allem falls wir jetzt wieder zurück müssen das meine ich jetzt ist man müsste meinen dass die sachen geladen werden und jetzt doch noch alles nach hier sind wir waren aber noch nicht das ist ein geeignet wird hier aufgehängt wir waren an einem anderen tor glaube ich fangen ja jetzt können wir uns hier erstmal umschauen wir können jemanden hier an den branchen stellen wir können hier auch noch nicht geladen aber wir können hier hoch hier sind zwerge wie so schuldig haustmüller haustmüller wir können hier auch laden gibt es hier irgendwas drinnen gerade können wir reingucken scheint ein händler zu sein oder so wenn ich mich täusche gut dass uns die stahlsordaten nichts antun dass wir da damit sicher sind sind wir jetzt hier irgendwelche lehnen oder so müssen wir machen so das mal reinzuschauen vielleicht wartet ihr mit drogen bis ich ein vergessen verbrechen begangen habe ich würde keine ärger machen ich würde keine ärger machen oh ja ah hier sehe ich den hemel auf der pärte Es trauen nur Ruhe. Und da ist sie. Sie hörten über die Fremde, die wir von? Nein, lieber Reiter. Ich bin Angst, dass eine meiner Kolumne nicht in der letzten Frage ist. Die Sprache verabschieden Raum, according zu unserem verehrten Editor. Verehrte Editor, aha. Nein, lieber Reiter. Ich bin Angst, dass eine meiner Kolumne nicht in der letzten Frage ist. Die Sprache verabschieden Raum, according zu unserem verehrten Editor. Okay, handeln können wir nicht. Zeitungsverfolger. Hallo? Wird jemand eine Gazette kaufen? Was ist denn das für eine Verkaufsmache? Schmeiß dich zusammen. Ich interesse in ihm gerne, aber ich bin beschäftigt vielleicht später. Na komm. Zwei Gold, ich weiß nicht ob das... Oh, wir haben eine Zeitung. Oh, hübsch. Baldur Smough. Baldur Smough. Ritualmord an Herzogin Stellmayne in der Taverne Elfgesang weiterhin ungeklärt. Händler Bilde erklärt. Mark für magische Gegenstände durch Abenteuer gerettet. Edition 86 ist das. Postmeister. Dann zu Bogen machen unter Druck. Was geschieht mit unseren Briefen. Wachsende Spannung zwischen Baldurian und Flüchtlingen. Wir können es nicht riskieren, Spionen der Absoluten aufzunehmen. Kröner von Gortasch. Steht bevor er neben den Aufstieg des ersten Erzherzogs von Baldur's Tor. Mhm. Spione der Absoluten aufzunehmen. Kröner von Gortasch. Mhm. Spinnenaktionen im Flüchtlingsnager. Jede Gabe zieht. Da haben wir noch nichts gespendet. Ne, ich war mir nicht sicher, ob das so legit ist. Ob der das behält, der Typ. Die Flasche kann man nicht aufheben. Okay, mit dem Händler kann man nicht, mit der Händler wird man nicht reden scheinbar. Gucken wir mal weiter. Magier von Tiefwasser. Okay, da sollen wir da auch hin. Such die Mode. Oh, okay. Sie sind auf der richtigen Spur. Okay, jetzt Detektiv-Abenteuer. Können wir zwischendurch mal ein bisschen shoppen gehen. Okay, da müssen wir wohl rein. Das ist eine Tür. Und eine Taverne. 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 Ich bin bereit, oder? Gut. So, in einer Unterkunft. Habt ihr irgendwas zum Handeln? Was ist denn diese Mord? Ich erzähle euch was. Der Mörder upstairs hat ein paar Punteren gebracht. Aber es ist auch wirklich spukte Folk aus der Rentenräume. Und wenn wir dich da bleiben. Vielleicht wird Folk ruhig schlafen. Und wir wissen, dass es nichts zu beschäftigen ist. Wir können das ganze Stau am Boden haben. Bis diese Mord überläuft. Ich bin optimistisch. Ich finde deshalb das ganze Überschuss haben. Bis der Mord kein Thema mehr ist. Ah, okay. Da muss man nicht ins Lager. Ich bin optimistisch. Warum gedruckt. Dass er so schnell kein Thema mehr sein wird. Vielleicht könnte ich einen Rabatt auf diese Unterkunft erhalten. Das ist toll für meinen Geschmack. Ha! Charity! Im Balders Gate! Good one! Überzeugung über 200 Geld für Nacht lang neben einem Schauplatz eines Mordes. Ernsthaft. Auf dem ganzen Deck Dreck und Schmutz in der Taverne. Ich bin überzeugt, wenn ihr den Preis runter geht, wer nicht stets ein gutes Wort für eure Taverne anlegen. Hm. Ich nehme mal den Baden. Na komm. Ja, das müsste geklappt haben. Das ist ein guter Deal. äh, das Farbe hat ein bisschen rot ist das die Maggie gehört können? ich habe kein Verdacht ich hoffe, er beweiset sich nicht ok so, dann handeln wir mal ein bisschen was zu essen können wir mitnehmen Grütel, Karkuma ok Schale mit Kartoffelgebäck ok Kaffee, oh ja Gemüsebrühe Brauchen wir essen Milch Kaffeebrä Kartoffelbrä oh, ich kriege Hunger und das Brot naja ich hoffe, ich nehme alles ab ein bisschen erregter zu Wein 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 kaffee whisky und weil das traube soll gut sein ja man nicht wirklich was zum verkaufen ist ich hätte mal doch sachen aber dass die sind irgendwie entweder bei carlach oder wanders und zu wissen was da drin ist will ich den nicht verkaufen und sind wichtig mal sind die sache mal rausnehmen ich meine wir haben da jetzt nicht so großartig was reingepackt so viel Geld haben wir aber jetzt nicht mehr da müssen wir irgendwie tauschen ich verkauf ihm das ganze Zeug ich brauche vielleicht ein schild ich brauche das sehen das ist gut aber den können wir gebrauchen ich benutze diese resistenten trinken überhaupt nicht daher aktive Waffen mit Gift in dem Rucksack haben wir die ganzen Waffen reingesteckt wahrscheinlich der Teure war hier was haben wir da drin Tja was mit dem Geld die Bomben die Eiküte rausnehmen die Eiküte rausnehmen 3 93 und Mann, du fährst pleite. Wir müssen wieder unten gehen. Hier zum Beispiel. Okay. Das ist wohl ein bisschen weiter oben. So, das alte Versteck des Imperators auf. Okay, Keller der Taverne. Das ist wahrscheinlich oben. Hier ist der Koch. Was kochst du denn? Den Kartoffelbrei. Oh, du! Ich dachte, ich hab' dich gefragt, dass du die Rats aus diesem Seller ausgestattet hast. Hup zu es! Geh in da! Das wäre mir ein Vergnügen. Ich bin arm und lustig. Wenn ich da aber keine Tiere habe, habe ich das nicht schon getan? Dann würde ich den Ernst und schlugst die Tüten gehört. Aber ich würde ihn nicht nutzen. Ich bin ein Vergnügen. Ich bin ein Vergnügen. Ich bin ein Vergnügen. Das wäre besser für dich tätig von deinen ZDAS. Okay, ich bin ein Vergnügen. Ich verwende dich meine Facebook-Aberen. Würdest du diese Katzen töten, bitte? Seine Präsenz verpasst mich. Schau, Tamborine. Ein Servant kommt, um uns zu helfen. Ja, wir müssen die Katzen sogar noch fragen. Okay. Ich würde eh mal in den Keller runter. Okay, hier geht es offensichtlich nicht runter. Wie kommen wir denn in den Keller? Lässt uns in den Keller. Wo sind denn die Ratten? In den Keller komme ich irgendwie nicht. Da geht es wieder raus. Unmöglich auch. Unmögliche Mission. Um klar zu kommen. Oder doch nicht. Dann kämpfen wir mal gegen die Paraten. Dann wird der Kampf ist Musik. Das ist so. Und dann beginnt oben ein Kampf. Dann haben wir oben einen ernstzunehmenden Kampf gegen... ...den ernsten Gehner und dann... ...dass ich mich nicht geschlagen. ...del放st du mal! Einfachere Schläge durften mir genügen. Ne, das machen wir nicht. Sie greifen aber ganz schön an dafür, dass sie die Ratten sind. Ein weiterer Tag, ein weiterer Tag. Wir müssen dann die ganzen ... ... totten Tiere wegkommen. Wettungshochkönung bei einer Ratte. Ich hoffe, die besiegen uns nicht, die Ratten. Das wäre echt peinlich. Eine der Ratten ist die ... ... die böse Gestaltwandlerin. Das wäre es. Die Ratte hat auf einmal 100 HP. ... Das dauert doch Ewigkeiten. Warte, können wir vielleicht hier hin? Hm. Ziehpunkt ist nicht erreichbar, auch schade. Dann machen wir ihn erreichbar. Na. Na. Der richtige Angriff ist, dass hier ... ... lohnt sich nicht. What the fuck. Wie angreifen. Oh, sehr schön. So, hier vielleicht. So, hier vielleicht. Ja. Wir haben 27 auf einen Streich. Dann renne auch noch ins Feuer rein. Oh, wir müssen eine Feuerbarriere machen, und wir haben nur einer entspielen, dann wird er auch wieder tot. Ich hoffe, dass das so kleine Biester sind, machen die ganz viel Schaden. Und er wird gemetzelt. Ich glaube, dass das ganze Spiel ist. Oh, ein Fehlschlag. Das gibt es ja nicht. Ich hoffe, dass wir ihn dafür und was Gutes. Das wir im Blutbad veranschleitet haben. Teilweise mit unserem Blut. Ich werde aufstehen. Ich werde aufstehen. Okay, ich muss erstmal... ... ... ... ... ... ... ... Da kommt... ...Mortifact. Oh, okay. Oh, oh, oh. Another step forward. Okay. On the other side you'll find a passageway known only to those invited to do business. Ein bisschen sein Klon. Na, müssen wir durch ein Fass durchgehen, oder was? Offen, Herr Vipoff, Gemeinschaftsraum. Oh, okay. Erstmal, wir werden keine Ausräumen. Ist schon ausgeräumt. Ich finde immer Regal, nur eine Flasche. Ich habe jetzt eine Flasche. Schade. Hm. Da ist der Vipoff, Gemeinschaftsraum. Dann mal rein hier. Here we go. Okay. Ich hoffe, hier wird es nicht epischer als nötig. Ich meine, wir haben hier einen Mordfall aufzuklären, aber... ...die Nebenpressen neben dem nur einen Mordfall. Also der Mordfall ist eigentlich noch... ...was anderes. Oh, scheiße, Mann. Na toll. Soviel dazu. Eine Perle. Kann man gut verkaufen. Eine Goldtrieb. Müssen wir nicht angreifen, oder? Können wir mit denen quatschen? Der Artefakt der größten Zerrischung. Erzähl mir. Lézal of Kallir. Welche Rewarden du denkst, dass die astral Prism wird, ...wenn ich es von deinem Körper und es in Vlaken versuche? Welche Ehre, welche Richtigkeit... ...wann die unendete Queen hat mich geholfen, ...wenn ich sie nicht gegen uns, oder was? Stand da. Es ist auf unserer Queen's sacreden Ordnung, ... dass ich die Prism nahe. Die unendete Queen ist nicht wichtig, ...wenn sie die Prism, ... und den Traitorprinz. Alles, was wichtig ist, ist, dass es geliefert wird. Der falsche Heer's Head ... wird eine feine Trophäe für Vlaken machen. Und wie für dich, ... werde ich nichts hinterlassen, ... aber eine nötige und schattete Kugel. Ich würde das Artefakt nicht überlassen, ... aber das ist nicht möglich. Auch wenn es der wahre Prinz, ... der Gefremdte, ... wird ihn nicht bekommen. Ich werde mich daran erinnern, ... dass du das gesagt hast. Das ist ziemlich gut. Ich habe es nicht gefragt. Hataka! Rewolgas hat mich verletzt, ... zu töten. Ich werde den gleichen Fehler machen. Oh, verdammt. Der Kampf ist nicht unbedingt nötig. Wir stehen hier sehr auf und zu uns präsentiert. Wir stehen hier sehr auf und zu uns präsentiert. Ich muss mich auch hier hinbegeben. Erst die Ratten und jetzt das hier. Ich habe es nicht gespeichert. Ich habe es nicht gespeichert. Das ist ein bisschen dumm. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gespeichert haben. Ich bin zu Ratten reingegangen, deswegen. Ich habe auch hier nichts erwartet. P-Schlag. Das ist doch nicht wahr. Na komm. Sehr gut. Na toll. Was ist jetzt passiert? Ich muss noch wieder Portale schließen, oder was? Ah ja, da kommen neue ... ... neue Diener raus. Das ist sehr froh. Ich muss das Portale schließen. Gucken wir hier irgendjemanden. Sie können wir. Fehlschlag. Fantastisch. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Wir müssen die Portale schließen, sonst wird das nichts, denke ich. Das klingt nicht gut. Mhm. Mir geht es nicht so gut. Die Maschin-Präsincampf überleben. Die Maschin-Präsincampf überleben. verdammt pariert so ein trick es läuft bis jetzt noch nicht ganz so gut, könnte besser laufen immobil, das gefällt mir ja gar nicht so gut viel schlafen kann doch fantastisch nur wenigen kampf hier nicht überleben sieht nicht so gut aus wir sind alle immobil, das ist großartig und da kommt der nächste, das ist ... das ist ... wie sollen wir das schaffen ich glaube hier sind wir noch ein bisschen unter der Welt für diesen kampf bin sehr gespannt wo wir das letzte mal gespeichert haben das ist irgendwo ein autosafegard das ist öfters speichern habe ich mir noch nicht angeholt ich glaube ich bin hier gerade vernichtet eigentlich wie alle ich kann nur noch normale schläge machen ich bin ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ... machen nicht alle ... der kampf war von ab und an auf uns los ... das war ein oder zwei davon töten ja aber ... aber ... alle hier im raum ... Ein Fehlschlag, ich liebe es. Ich bin der Leader da unten. Carla ist die nächste. Okay, ich kann ihn einsetzen. Und ihn rennen und ihn retten kann ich auch nicht. Es ist fantastisch. Ja komm. Wie können wir nicht angreifen? Immobilien. Ich hasse das. Wir können gar nicht angreifen. Großartig. Ich habe keine Chance anzugreifen. Ich habe keine Chance anzugreifen. Wir haben uns komplett verwehrt. Ich habe keine Chance anzugreifen. 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 Was ist hier los? Ein Fehlschlag. Fantastisch. Ich habe keine Chance anzugreifen. Warum sind wir so geschwächt? Elze konnte früher fünf oder sechs Angriff nacheinander machen. Ich bin fast zur Hölle. Immobil verängstigt. Was zum Fick. Wir können uns auch nur selbst heilen. Das sind die Zustände. Wir sind so am Arsch. Ich kämpfe nie wieder gegen die Gefianke. Verkleinert. Was geht hier eigentlich ab? So, da ist die nächste tot. Wir können das eigentlich hier beenden. Das wird nichts mehr. Wir können es noch anschauen, wie die anderen beiden sterben. Wir können es noch anschauen. Fantastisch. Ich glaube, wir können es noch ausschalten, dass wir uns gewöhnt. Wahrscheinlich nicht. Ein Fehlschlag. Na, Ton. Wir können es noch nicht machen. Unser Team ist zu schwach. Na komm, mach es alle. Wir können es noch nicht machen. Da kommen wir auch neu aus dem Hut. Ne, das ist doch für den, für den Kampfhimmel, bitte. Das ist richtig gewappnet. Warum mache ich das eigentlich? Wenn du eher im Arsch... Du weißt eigentlich... Fliegt auf... Hä, hat's hingelegt. Stirbt halt dort vorne. Ja, großartig. Jetzt hier noch... Noch einmal. Und der letzte bitte. Sehr schön. Versteckt der Ritter des Schilds. Okay. Und dann lassen wir es erstmal. Kriegen wir es erstmal in den Mod aufklären oder so. Und dann... Kommen wir da später nochmal hin. Ist ja... Ist ja nicht umsonst open road. Ja. Haben wir jetzt die Ratten schon besiegt? Haben wir da noch einen save point? Oder was ist jetzt? Vom wenigstens die Rattenkost abgeben. Mal schauen. 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 Flaschenmusik Ach du Heiliger Schlichter Sprecherpunkt Bin mal wieder weg Sie greift die Flucht Ich komme später wieder Sie liegt noch oder was Ich habe da ein paar G-Fjanki Nicht nur Rappen Ich habe noch G-Fjanki Die einen bösen Planfunk haben Okay Hallo Kopf Okay 216 Kult Sehr schön Plane Nebenverdienst Ich hoffe das ist nicht das was im Keller ist Was wir untersuchen müssen Hier war irgendwo eine Treppe nach oben Oder nicht Ah hier Okay wir werden hier durchgelassen Das ist ein Verwilder Keine Anmerksteine Die Vela hat seinen Bericht Wir können sie passen Ich hab sie nicht Das ist nicht Ich hab sie nicht Ich hab sie nicht Geht Ja Nein 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 Ich habe sie nicht Stelman Ein Platz um Kunden zu bekommen und Informationen Okay, hier werden wir mal gerade speichern. Und dann wird es beim nächsten Mal spannend, wenn wir hier reingehen. Und mal vielleicht den Modus aufklären. Ein kleines Detekte-Farm für den nächsten Part. Ja, das ist ein verstecktes Imperator, das werden wir noch ein bisschen aufschieben. Ich habe dann auch noch eine andere Quest mit dem Mario von Südwasser. Die bleiche Elf. Ja, das ist einiges, was uns noch erwartet. Und in den nächsten Part. Bis dahin. Man sieht sich. Ciao, ciao. Ja, das ist einiges, was uns noch erwartet. Ja, das ist einiges, was uns noch erwartet. Untertitelung des ZDF, 2020